Alter, bist du häschlich. Warum bin ich rot? Edo P! Edo P! Ich will rosa, ich will rosa, ich will rosa, ich will rosa, ich, 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 ich! Gibt es noch jemand, der das Game zum ersten Mal jetzt spielt? Bis auf die wahrscheinlich jetzt Leute, die auf die wir noch warten, weil die Tutorial machen. Ich bin noch da. Nein. So, wer jetzt da? Doch. Setz auf den, der wartet, der macht das nicht. Okay, okay. Hört man mich? Ja. Habt ihr beide Lila? Oh, was denn, beide? Kann man das changen? Ja, man kann das ändern. Auf Poo kann man unten auf Customize. Ja, aber beide haben Lila, warum? Ja, ja, das machen wir jetzt mal. Aber man kann Farben wechseln? Warum habt ihr beide Lila? Oh, weil... Aber... Man kann das ändern, Leute, alles gut. Aber ich kann nicht. Doch, bei Customize. Guck mal, Edo ist jetzt weiß, das kann ich durch rosa nehmen. Aber ich würde das nicht empfehlen, weil es kommt einem nichts zugute, wenn man zum Beispiel verdächtigt wird und der andere Farbe dann den ganzen Schritt abbekommt. Das stimmt. Deswegen bist du sass. Er ist lila und wütend und ich bin lila und müde. Das passt doch. Okay, ich ändere meine Farbe auch zugunsten deiner Person. Würde ich. Ich kann meine auch nochmal ändern. Nein, 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 dann ist ja der Sinterfall... Also nicht mehr, weißt du? Okay. Also wenn wir... Okay. Außer du würdest eine andere Farbe haben, dann gebe ich die gerne in Ford. Gut, mir ist wirklich egal. Dann wechseln. Okay. Hier grüßt euch, hallo! 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 Ja, Manni, was ist denn los hier? Ist der echte Holli hier? Das ist Pini. Das bin ich. So. Geil. Sind auch alle da? Sind alle ready oder sind noch Leute am Custom-Maisen hier? Ich bin noch ganz kurz am Custom-Maisen. Wie kann ich meinen... Bin nicht jetzt grün? Nee, war... Nein. Oh! Orange. Ja, das ist gut. Geil. So. Dann heiße ich erstmal euch alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid und direkt zugesagt habt. Ich musste niemanden als Ersatz finden. Das ist sehr toll. Alter. Wir spielen heute Protocol. Wir haben ein paar Leute dabei, die es noch gar nicht gespielt haben. Und ein paar Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Hallo. Im Prinzip ist es so eine Mischung aus Among Us und TTT. Das bedeutet, wir haben Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Da gibt es ja auch so ganz viele Tutorials für die einzelnen Aufgaben. Aber das können wir gleich auch mal ingame durchgehen. Ähm, genau. Und am Anfang hat man immer, have the tasks, die man erfüllen muss. Und die sind ein bisschen komplizierter. Deswegen werden wir erst noch ein paar Runden machen, wo wir uns eingrooven. Und ansonsten gibt es halt immer die Crewmates. Die müssen ja Aufgaben erfüllen, damit sie gewinnen. Und es gibt ein bisschen sowas wie die Traitor. Oder die Imposter. Ripped Zombie. Ich glaube, das ist gelangweilt von ihr. Deswegen bringt es uns um. Ich wollte nur ein bisschen sprengen. Ja. Ähm, genau. Und die gewinnen im Prinzip, wenn nicht alle Tasks gefüllt werden. Das heißt, selbst wenn sie alle tot sind. Das heißt, ihr findet raus, zum Beispiel Asta ist Traitor gewesen. Aber ihr schafft die Tasks nicht fertig zu machen. Dann haben Twitch trotzdem die Imposter gewonnen. Wie heißt das, wenn du Traitor bist? Das ist ein anderer Begriff, oder? Dissident heißt es, glaube ich. Dissident. Okay. Können wir einfach böse sagen? Der Böse. Achso, das ist der Böse. Genau. Und ansonsten, hier gibt es so einen Bildschirm, da sieht man die einzelnen Tasks. Eine heißt Delivery. Und dann hat man auch ingame diese Tutorials, wo einem quasi gezeigt wird. Mit so einem Video. Wo muss man hin? Welche Sachen muss man finden? Aber das schafft man, glaube ich, am besten, wenn man es einfach macht. Deswegen würde ich, glaube ich, einfach mal so eine Beginnerrunde machen. Das heißt, es gibt maximal einen Traitor. Wir haben acht Minuten Zeit. Und wir haben bis zu zwei Tasks. Und dann gucken wir uns das einmal an. Laufen ein bisschen das ab. Die neuen Leute. Und dann ist, glaube ich, so ein bisschen so Learning by Doing. Okay. Ich bitte um etwas, wie nennt man das? So Gnade. Weil ich noch nie gespielt habe. Okay, wir stecken Asuka. Oh, es ist so lecker. Oh! Mal gehen wir hin. Hallo! Hallo, hallo! Na, wer von euch ist das Böse? Man kann sich gar nicht muten, generell, ne? Bitte? Man kann sich generell gar nicht muten, ne? Äh, du kannst mir auch mal nach oben machen. Was machst du? Oder nach unten. Hoch oder runter. Und dann kannst du dich muten und anglösen in game. Ah! Was muss ich jetzt hier machen? Ah! N, Y, Y, N, N, Y. Was bringt das? Bisschen komplizierter. Aber da ist zum Beispiel Kaddi Profi. Was macht ihr, was macht ihr? Ähm, wir gehen mal die Tasks durch. Lass mal mit Scanner anfangen. Also wenn du mit Q das Tablet öffnest, hast du links die Tasks. Ah! Und wenn du drüber haperst, wird dir angezeigt, welche Räume dafür brauchst. Ja! Wenn du auf die Tasks klickst, gibt's auch ein Video. Ähm, lass mal zusammen zu Scanner gehen. Was? Hast du schon mal gefiel? Nein, voll nicht. Oh, ich bring's dir bei. Komm mit. Okay, alles klar. Das klingt alles so hoch. Okay, du leckst, aber das ist auch okay. Ich hab mich grad erschrocken, weil weißt du, dass ich Tolli bin? Weil die Namen stehen ja nicht drüber. Aber da rechts. Aber man hört dich doch. Achso. Ah, okay. Ja, gut. Stimmt. Einmal den Kotsprecher folgen. Okay, du leckst den Kotsprecher. Genau. Ja, ja, ja. Warte mal. Ich guck mal kurz auf Q. Ja, wir müssen jetzt hier rein. Oh, ja, genau. Yes, 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 yes. Ich würd sagen, das ist einer der die Mützenaufgaben. Ähm, ihr habt einmal den Knopf zu drücken. Es wird einmal eindeckt hier auf diesem Bildschirm. Das kann ich gerne einmal angucken. Ja, ja, ja. Diese Punkte eingezeichnet. So, guck dich das mal an. Wenn die sich einhören, hier auf die... Ah, da müssen dann die Leute stehen. So, wenn die sich einhören, hier auf die markierten Bereich stellt, dann trägt der quasi mein Maus Cursor. Und ihr müsst mir quasi sagen, wo ich mein Maus Cursor hinterfliegen muss. Hoch, hoch hoch Leon! Ja, mein Gesichtsaus. Links, 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 links. Links, 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 links. Links, 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 links. Hohohohohohohoho. Stabst! Ja, perfekt! Wow! 1,5,4. Ah, und das müssen wir jetzt dreimal noch machen, ja? Genau, genau. Sollen wir das jetzt zu Ende machen? Logischerweise schon. Ach du, Johannes? Eigentlich schon. Rechts, rechts, weiter, weiter, bis ich Stop sage. Stopp. Nein. Und was sind das hier für Tools in meiner Tube? Also ich habe hier eine Knarre, ein Messer. Schlein! Du hast da abstechen. Ah, okay, alles klar. Komm mir, ganz gut, ich saß, der ist allein. Wenn du willst, kannst du dich auch mal hinstellen, Holly. Hier in die Mitte, in den Bereich. Genau. Okay, okay. Ich bewege jetzt meine Maus. Rechts, 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 rechts. Oh, das ist sehr gut. Weiter, weiter. Ja. Ja. Und lassen, bleib, bleib. Au. Ich habe gerade getötet. Nein, das hat fast leitet. Okay, sehr gut. Jetzt rechts. Ja. Rechts, rechts, rechts. Nicht abgrafen, den Jungen, Mann. Da hilft uns gerade hier, Tasks zu machen. Jetzt runter, wo? Wohin? Weiter, rechts, rechts. Weiter, runter, runter. Ja. Links, links. Links. Halt, 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 halt. Ah, ich hörste, der klackert. Jetzt musst du richtig links, mein Best. Aber so ganz links. So links, 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 links. Okay, okay. Viel weiter, viel weiter. Viel weiter? Theoretisch schon richtig ins Dext. Ja, genau. Und jetzt runter, runter. Halt, halt. Rechts, rechts, rechts. Ein bisschen. Ja, nein, zu viel. Links, 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 links. Mit dem hoch, bisschen hoch? Haul, 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 haul... root, haul, 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 haul... Hoop hoch, runter, runter, links, links, rechts, links, rechts, 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 links, links. Oho, haul, 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 nauch, teww, at laee! Ich will ein bisschen allgemein die Steuerung zeigen, was man so machen kann. Also ihr habt jetzt das Tutorial alle gemacht und es gibt halt Items, die man finden kann und die kann man halt für die einzelnen Tasks zum Beispiel auch benutzen. Zum Beispiel hier bräuchte man, dass das Tasks hätte einen Schraubenzieher, um den zu öffnen. Ah, ich verstehe. Und dann gibt es zum Beispiel unterschiedliche Räume, wo du das dann abgeben musst und sowas. Ja. Kriegt man in der Kassette wieder? Ja. Das ist zwar eine Hauptrolle für du, aber... Ah! Er ist Monza! Töne den an! Oh, weiß ich nicht. Ich meine, okay, er hat ihn getösen. Holly, du bist böse! Theoretisch, warum hast du... Hey! Warum hast du hier... Äh, Zombie! Wir haben unseren Anführer verloren! Holly! Okay, Heidi, setz dich an! Nee! Zombie! Wir müssen erstmal eine angemessene Zeit um Leon trauen. Was soll das? Sauer! Ah, Anarchie! Leute! Nicht die Nerven verlieren jetzt! Beruhig dich alle! Alle einfach beruhigen! Wir müssen diese Aufgabe stattbekommen! Bitte alle anbieten, die jetzt mit uns kommen! Nee, die Leifung bleibt einfach schieben. Kann ich zeigen, dass... Leifung bleibt einfach schieben. Kann ich zeigen, dass das funktioniert? Kommt mit! Weiß nicht, seid ihr überhaupt interessiert an der Aufgabe? Ja, oder? Ja, oder? Ja, wir müssen. Den sollten wir trennen machen. Denian, du musst mitkommen! Du bist anfänglich! Ach so, ja! 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 Die Anleitung quasi! Diese drei Sachen brauchen wir! Wir brauchen weißen Reis, Call of Duty und... Ja! Und eine Blume. Das ist ein Beispiel für eine Blume! Ja! Wir müssen dann, als erstes... Ja! Kommt man mit in diesen orangenen Raum! Das ist der Lagerraum! Was ist Ja! Im Lagerraum findet ihr immer quasi alles, was ihr so... Braucht für die Tarts! Da sind zum Beispiel so Falter... Und Becher... Und alles mögliche! Und hier müsste auch irgendwo Reis sein. Und wo ist Ja! Was? Na, da ist Y8z! Ja oder so! Ja! Die gelbe Pflanze, das ist in dem grünen. Das weiß man doch, Holly. Die gelbe Pflanze. Holly, ich hab den Tisch gefangen. Was hast du getan, Pika? Warte. Das schaffen wir niemals in zwei Minuten. Also grundsätzlich finde ich hier alles, was ihr braucht, müsstest dann da rübertragen. Aber ich würde, ja, okay, kommt mit. Dann nimm mal den Reif. Ich zeig dir das. Warte mal, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Oh Gott, was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Hallo. Ich arbeite hier. Warte mal. Da. Siehst du, wie ich arbeite? Ja. Was machst du? Computerarbeit. Ich bin im Büro. Das ist aber kein Job. Natürlich ist das ein Job. Scream ist kein Job. Das ist ein echter Job. Ich mach Computersachen. Du bist nicht gesellschaftsfähig. Du, nein. Ich mach Computersachen. Ja. Mach ich ja diesen Job. Alles am Computer ist kein Job. Nein. Nein. Scheiße. Egal. Weißt du was? Du musst nicht machen. Ich versteh gar nichts. Es gibt nur Tutorials. Es gibt verschiedene Spiele. Es bleibt, glaube ich, sechs Stück. Die sind eine gar nicht so kompliziert. Am besten merkst du es im Spiel. Aber es gibt, wenn du auf gut rückst, auf jeden Fall das Tutorial. Es gibt sechs verschiedene Spiele. Sechs oder sieben. Und die sind wirklich, äh, eigentlich simpel. Am besten, wenn gleich die richtige Runde ist, läuft den Leuten hinterher. Außer du bist selber Traitor, dann probierst du davon Leute umzubringen. Okay. Aber so, dass die Leute nicht mitkriegen, dass du jemanden umbringst. Darf ich dich dann umbringen? Äh, mich nicht, nein. Okay. Aber die anderen. Ich verrate dich auch nicht, wenn du jemanden umbringst. Okay. Wusstest du, dass du dich muten kannst? Äh... Mit Mausrad nach unten drehen. Au! Ey! 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 Ich mute dich! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Haha! Wie viele gibt's denn? Wie bitte? Es gibt nur einen. Einen. Ach so. Aber wart ihr alle schon dead? Es war eh alles verloren. Wenn man die Aufgaben nicht macht, dann verliert man so oder so. Ah! Genau, genau. Äh, genau. Wer war das Traitor überhaupt? Warte mal, ich war's? Okay, Mausrad sag ich war's, aber ich wusste es nicht. Oben rechts steht ja. Oben rechts steht ja. Oben rechts steht das. Oh! Und an einem Namen, wo jetzt der Not Ready steht, musst du dann Dissident stehen. Ah! Ja, dann hieß es und dann der Glück. Ich war's anscheinend. Okay, er war's. Er war der Böse. Äh, genau. Aber im Prinzip, so ne ganz grob ne Runde ab. Wir haben aufgefangen, wir teilen uns ein bisschen auf. Jeder guckt, was da machen wir möchte. Wichtig, wie ich mögen kann? Äh, Mausrad hoch oder runter? Ja! Mann, ich dachte ich hab's rausgefunden. Aber T geht anscheinend auch mein Taster. T geht anscheinend auch mein Taster. T oder A, genau. Ah! Äh, genau. Wird die Runde länger, wenn man Tasks macht? Weil die war ziemlich kurz gerade. Äh, ne, ne. Die Runde, aber das kann ich einstellen theoretisch. Also ich kann Custom Settings machen und zum Beispiel sagen, wir machen eine Runde die dauert 10 Minuten. Äh, wie viele Tasks es sind, wie viele Gegner es gibt, das kann ich alles einstellen. Ah, okay. Gucken wir mal danach einfach mal. Genau, also ich möchte jetzt einfach sagen, wir machen mal zwei Tasks. Zwei böse und 10 Minuten und gucken mal, wie das so funktioniert. Mhm. Hey, jetzt ne normale Runde oder was? Genau, wir machen jetzt mal ne normale Runde, damit jeder mal versteht, wie so ne richtige Runde abläuft. Okay. Das kann ja nix werden, wenn ich keine Runde habe. Das wird super. Let's, let's go. So. So. Du bist es, oder? Nein, ich bin für dich. Na gut, ich glaube ich jetzt. So, komm. Okay. Du musst auch immer F2I rückwärts. Äh, an, an. E, E, Y, O, L, 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 L. Hallo? Hallo? Ich versuche hier mit diesen Dingern. Keine Ahnung. Was, was, was müssen wir hier machen? Was? Okay. Was, was möchtest du da machen? Delivery? Ja. Dann musst du mit mir kommen. Ach so. Warte mal, will ich denn? Ne, ich will Alimentations machen. Ach so. Alimentations. Äh, was ist das denn nochmal? Warte. So, mal. Äh. Ja. Okay. Und kann man mit nem Schraubenzieher, kann man jemanden auch umbringen, oder? Oder abstechen? Ja. Aber es gibt doch ne Waffe. Warum, warum eigentlich? Warum, was soll das schon wieder? Luck? Cool. Ähm. Also hier ist das Scan-Ding. Ja. Das Scan-Ding ist jetzt aber nicht aktiv. Ne, genau, genau. Es gibt Delivery und Elimination. Ah. Okay. Wo sind die mal in der Seite? Da bin ich vorhin. Zeig mal. Jan, hast du tatsächlich so'n, so'n kleinen Griff mit so'n roten Knopf gefunden? Irgendwo? Ne. Vielleicht ist es da drin. Drin, oder? Ne, achso, ne. Das ist für, das ist für die Öffentliche Ausgabe. Was ist denn geboren? Das ist hier. Also ich hab jetzt sowas, ne Batterie und die muss man irgendwo chargen. Okay, also muss man die Batterien da reinpacken, oder was? Oder sind das, was sind das? Stecker? Jaaaa, das, ich weiß nicht. Brauchen wir den Schrauben? Oh mein Gott, ich bin die ganze Zeit gemutet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du warst nur böse. Du warst so witzig, das glaubt ihr gar nicht. Wir müssen nur auf der drin. Oder ist das richtig so? Oh. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen zu, 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 nicht weiß nicht. Kann einer von euch sein? Ja, die Batterie reicht nicht. Wir brauchen ein Batterie. Wie viel böse haben wir denn? Echt? Zeig mal? Einer. 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 Okay, ja. Deliveries up, das ist los. Guck mal, die Batterien hier zum Beispiel. Das ist ja ne Weiße jetzt. Ne, die sind alle gleich. Die Batterien sind gleich. Oh, ich lese mir die Handlinge jetzt. Ich hab Delivery gelesen. Elementations, müssen wir in den Block... Was? Leit weg! Ken, warum denkst du so? Nur weil ich... Ich treu mich, ist okay... Warte, warte, warte... Was ist los? Wer war mehr? Warte! Der hat wieder... Der hat wieder frei... Der hat wieder... Der hat nichts genug... Der hat... Der hat wieder... Der hat einen... Der hat... Der hat... Der hat du... Der hat... Der hat... Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020